Hallo! Wie geht es Ihnen heute? Guten Tag! Mir geht es gut, danke. Und Ihnen? Mir geht es auch gut, danke. Ich bin hier, um ein paar Einkäufe zu erledigen. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ich auch. Ich brauche ein paar Lebensmittel. Was haben Sie auf Ihrer Einkaufsliste? Ich auch. Ich brauche ein paar Lebensmittel. Was haben Sie auf Ihrer Einkaufsliste? Ich brauche Milch, Brot, Obst und einige Grundnahrungsmittel. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ich brauche Milch, Brot, Obst und einige Grundnahrungsmittel. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ich brauche auch Milch und Brot. Außerdem möchte ich einige frische Gemüsesorten und Fleisch. Ich brauche auch Milch und Brot. Außerdem möchte ich einige frische Gemüsesorten und Fleisch. Das klingt lecker. Wo finden wir das Gemüse und das Fleisch hier im Supermarkt? Ich denke, das Gemüse ist in der Obst- und Gemüseabteilung und das Fleisch sollte in der Fleischabteilung sein. Ich denke, das Gemüse ist in der Obst- und Gemüseabteilung und das Fleisch sollte in der Fleischabteilung sein. Gute Idee! Haben Sie schon Pläne für das Wochenende? Gute Idee! Haben Sie schon Pläne für das Wochenende? Ja, ich plane, am Samstag einen ruhigen Tag zu haben. Und Sie? Ja, ich plane, am Samstag einen ruhigen Tag zu haben. Und Sie? Ich habe vor, meine Freunde zu treffen und vielleicht einen Ausflug zu machen. Kennen Sie hier in der Nähe einen guten Ort, den Sie empfehlen können? Ich habe vor, meine Freunde zu treffen und vielleicht einen Ausflug zu machen. Kennen Sie hier in der Nähe einen guten Ort, den Sie empfehlen können? Ja, es gibt einen schönen Park nicht weit von hier. Es ist perfekt für Spaziergänge und Picknicks. Das klingt toll. Ich werde es mir merken. Zurück zu den Einkäufen. Haben Sie eine bevorzugte Marke für Milch? Das klingt toll. Ich werde es mir merken. Zurück zu den Einkäufen. Haben Sie eine bevorzugte Marke für Milch? Sie ist vielleicht etwas teurer, aber ich mag die Qualität. Normalerweise kaufe ich die Biomilch. Sie ist vielleicht etwas teurer, aber ich mag die Qualität. Das verstehe ich. Ich denke, ich werde auch die Biomilch ausprobieren. Danke für den Tipp. Das verstehe ich. Ich denke, ich werde auch die Biomilch ausprobieren. Danke für den Tipp. Gern geschehen. Lass uns jetzt das Gemüse überprüfen und dann zum Fleisch gehen. Gern geschehen. Lass uns jetzt das Gemüse überprüfen und dann zum Fleisch gehen. Hier sind wir in der Obst- und Gemüseabteilung. Schauen wir uns um. Welches Gemüse brauchen Sie? Ich suche nach Tomaten, Paprika und Spinat. Ich suche nach Tomaten, Paprika und Spinat. Haben Sie diese Sachen auf Ihrer Liste? Ja, ich brauche auch Tomaten und Paprika, aber keinen Spinat. Ja, ich brauche auch Tomaten und Paprika, aber keinen Spinat. Okay, ich bin mit dem Einkaufen fertig und muss jetzt nach Hause. Tschüss. Tschüss, ich hoffe, dass wir uns noch mal treffen. Tschüss, ich hoffe, dass wir uns noch mal treffen. Zum Abschluss hoffe ich, dass Ihnen das Video gefallen hat. Vergessen Sie nicht, uns zu unterstützen, indem Sie auf den Daumen hoch klicken und unseren Kanal abonnieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Vielen Dank für Ihre fortlaufende Unterstützung und wir sehen uns in den kommenden Videos.